die stunde hat geschlagen nein natürlich hat er mich gecharged warum schreit die denn Valhalla? ja keine ahnung die ganze zeit hieß es eigentlich wir sehen uns in Valhalla oder sowas ja jetzt kommt Team Valhalla jetzt pass auf jetzt kommen die 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 Dings da wo ihr die abgeräumt habt einmal das müssten eure Einleitung sein hm glaub ich nicht war ja klar ein Rätsel alter bestimmt irgendwie drei vier Leute gerätsel er musste dir diesen kack Spruch nochmal reinziehen Team Valhalla ja Team Valhalla keine ahnung was das heißen soll wir konnten nicht A Team sagen deswegen habe ich gesagt Team Valhalla ja normalerweise heißt es ja eigentlich wir sehen uns in Valhalla oder sowas achso das bist du warum ordnet ihr mich? ich habe Reinhard nicht mal ne Minute gespielt ja aber wegen Teamvorschuss jetzt so jetzt isphere Tulee Wundercann hier should ist Vielen Dank.